hey leute und willkommen zu einem neuen video heute spielen wir mal entiel das ist ein spiel in dem wir unseren ameisenhaufen beschützen müssen weil ihnen irgendwie andere ameisen angreifen wollen und wir haben so schutzameisen die dann diese andere ameisen besiegen und ja wie es weitergeht das weiß ich leider nicht ist mit tiktok grüße bei fotos ok wenn das bei tiktok ist dann wird es anstatt den fotos die aufnahmen tiktok speichern und ich will die hochladen dann muss sie in fotos geschmeichert werden ja und ich jetzt sagen wir klingen mal direkt auf play ok happy kern ist jetzt sagen wir machen direkt mal hier und hier sind wir haben wir erst mal ganz verschiedene missionen ich würde sagen klingelt auch warm okay hin schießt es items candy ist von fußball beträgt lots of so points okay alles klar ich hätte gedacht es bleibt aber wir können das auch glücklich okay will content you i might make minion manager of your work okay first let's cover some basics here is our precious help kept our author right to the rights to continue okay alles klar take a look around scroll by slitting your fingers across the screen okay alles klar wir können also so okay okay it's a big world of tears so try something to get a better view some by pinching the screen with two fingers also kann ich ha so okay now we need to be room trails to explore to korea you bested juri in a chair of drawing to trials okay ich darf man laufen ist okay hallo let's get some food present hotel handel at the top of the hill can drag it to the highlight that the insect also warte schnell ich gehe da drauf aha dahin und zack da kann ich jetzt so das fünf kann ich jetzt aha was ich jetzt aha ach so okay aber das ist wahrscheinlich uns das essen wahrscheinlich unser essen wir müssen was essen glaube ich okay you work so you can remove that trail pet press and hold your finger on the trail to select it okay also hast du warte hey aha ich kann das löschen aber es will ich jetzt irgendwie nicht ich muss das damit verbinden jetzt ja aha ach so das ist unser zu essen das ist unser essen okay diese kleinen ameisen auf dem bleibt müssen wir essen ok gut und sagt liebts drücken auf trail around your boxes but this time tap the yellow saw your icon in the pop-up menu ok was dann also m was ich jetzt genau machen ok nämlich weiß aha ich habe neue armeise freigeschacht kids not check the button is yellow we thought yes turn okay right now spun five soldiers for protection tap the soldier icon in the trollbar below ok also 5 ok when your foot lines are thicker spawn more works to collect thought faster ok remember the fancy works is collect back corpus for foot and above all keep the hills legs good luck ok alles klar oh scheiße und da kommen schon die ersten ameisen muss ich meinen ameisenhaufen beschützen ich glaube ich muss so machen oder muss man das jetzt so machen ich weiß nicht ach scheiße man da hinten kommen schon oder die wollen angreifen die wollen angreifen die wollen angreifen jetzt leute ok ich hab das spiel schon raus die wollen angreifen leute dass man gar kein salz zulassen damit die unser essen spielen oder unseren ameisenhaufen kaputt machen hier die anderen sache ich nehme hier fleißig essen kann ich die mitnehmen kann ich die mitnehmen diese dinge äh ähm kann ich die mitnehmen so weiß ich nicht okay da so scheiße da kommen noch mehr da kommen noch mehr leute da kommen noch mehr definitiv so ok wir haben hier plus 10 ok leute so ihr seid alle weg final wave schon nicht die final wave ach das heißt ok leute hier sind hier laufen noch andere fiecher rum ach so scheiße richtig scheiße ich würde sagen ich spaw einfach mal mehr von denen hier ach so scheiße ich habe keinen zu essen mehr ich habe eine idee ich spaw jetzt einfach noch mehr damit die mir leisten wollen ja das ist ja auch so eine gute idee damit essen können wir uns weitere ameisen holen ok scheiße wo sind jetzt die anderen käfer hier die anderen käfer finden schon mal hier oben ok 20 sekunden läuft was scheiße welche sind zum besiegen da also 10 sekunden noch ist dann die mission vorbei ist jetzt die mission vorbei äh ok ok die mission ist vorbei ok aber das war eine kurze mission finde ich irgendwie ok ok aber hier kann man sich noch mehr ameisen freischalten ok geil gut und hallo ich will back aha hier weg ok ich würde sagen wir machen direkt mit der nächsten mission weiter ok ok will come back need a notice friend come of mine that's a walk ok ajo good day to you and the ladder of your bomber ends we are a cute expensive but powerful our own units and we excal at 32 strikes ok hier muss ich wahrscheinlich drauf kriegen kann ich so viele we drop blobs auf explosive go chat them 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 enemies luckily all your ends all doors in them so friendly fire is not an disuse ok alles was ist hier aha ach so ey die schießen Bomben auf die Gegner ey wie geil ist das denn also das finde ich mal richtig geil und da sind unsere blätter aha was macht ihr da ich hätte gedacht wir müssen essen holen ok why do we just stay at hitting under the rock was kann ich da und im felsen ist was versteckt was ist denn da versteckt was macht ihr da one bit before they eat up our food oh scheiße verdammt also wir müssen jetzt haben marienkäfer hier mein gott ähm wir müssen hier alles machen ach so scheiße man hier abschießen verdammt was sind die ach so scheiße man aha die müssen jetzt oh scheiße die wollen unser essen stehen ne macht das nicht ja geilo was ist jetzt unter diesem seltenversteck night is absolutely splendid okie dokie die wollen jetzt unser essen stehen sind hier noch mehr well that's pretty much it old chapter sorry gesundheit ok got lucky and happy hunting ok gut leute und hier kommen auch schon die weiteren käfer muss ich die besiegen sind das diejenigen die unser essen stehen wollen ne ich denke mal nicht das sind diejenigen ihr seid frechtechse ah jetzt haben wir wieder die ähm was wollen die jetzt machen ich habe ne idee leute wir holen uns jetzt einfach zu essen ich würde sagen wir schnappen uns erstmal die hier die holen uns jetzt erstmal ein bisschen zu essen ok also ich hab das spiel langsam raus na komm wenn nicht die nächste wave hallo ist es langweilig wenn nicht mal ne wave kommt oh da kommt ne wave ach du scheiße ok leute ameisen es wird Zeit wir ich würde sagen ihr müsst euch jetzt auf den weg machen ameisen ja super was macht ihr ameisen hallo ameisen ah ich kann nicht mal irgendwie welche herstellen ameisen oh da kommen schon meine ersten geiler aber ich würde sagen ich schnappe mir erstmal noch welche von denen ach du scheiße man wie viele sind das bitte sehr ihr müsst schneller essen holen komm ich schnappe mir einfach mal die ach du scheiße man ok leute meine damen und herren die ameisen kämpfen fleißig ach du scheiße die wollen unser essen klauen verdammt nein diese ameisen wurde getötet wie viele essen habe ich eigentlich oh nein ich habe nicht genug viel essen verdammt da kommen noch mehr nach hinten geht's mal ach du scheiße auf den drauf was 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 hä oh nein da kommen noch mehr waces ach du scheiße man da alles kommen hier diese verdammt ihr müsst eilen zur rettung hier kommen noch mehr du bist tot oh nein die klauen alle unser essen macht euch weg macht euch weg macht euch weg macht euch weg doch jetzt macht euch weg endlich verdammt was was haut ab verdammt geilo nö da kommen noch mehr die wollen ah nö da sind unsere ameisen ey ne das sind doch gegner ach du scheiße hier 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 so gut scheiße da vorne kommt noch ein marienkäfer oh nein 40 Sekunden noch ach du scheiße ne ne verdammt alle die sie ach scheiße ihr müsst die marienkäfer besiegen die marienkäfer sind die stärksten Gegner hier was oh nein noch zehn sekunden oder nein nicht noch vier verdammt ne was ist jetzt wenn wir keine Zeit mehr haben ach du ja wir haben klar wir haben es geschafft drei minuten 50 sekunden dann haben wir leider keinen stern bekommen aber leute es fehlt nur noch spiel oh geil das sieht auch geil aus ja aber für die heutige folge entiel wäre es das erstmal gewesen ich weiß es gibt noch viele andere missionen und natürlich werde ich die auch mal aufnehmen wenn euch dieses video gefallen hat geht dem video einen daumen hoch und abonniert diesen kanal das würde mich freuen sonst werden diese bösen ameisen und diese bösen marienkäfer bei euch zuhause und euch töten also zerstören so richtig ja und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin tschüssi